Pedro und Martina Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein Geburtsort ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid Biologie studiert. 2015 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem Studium habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2016 bin ich nach München umgezogen. Ich habe in München eine Stelle beim Europäischen Patentamt bekommen. Dort arbeite ich als Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe an Patentanwälte schreiben. Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung ist sehr teuer. In meiner Freizeit spiele ich Fußball oder lese Fachzeitschriften. Ich heiße Martina Klein. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich bin in Berlin geboren und auch hier zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement gemacht. Diese Ausbildung habe ich 2018 abgeschlossen. Seit 2018 arbeite ich als Büromanagerin bei Karko. Ich muss viele E-Mails lesen und schreiben, mit Kunden telefonieren und für verschiedene Kolleginnen und Kollegen Termine vereinbaren. Ich bin noch ledig und wohne bei meinen Eltern. Die Miete in Berlin ist teuer und ich möchte mein Geld lieber für andere Dinge ausgeben. In meiner Freizeit lese ich gern. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden ins Kino. Mein Name ist Sandra Weber. Ich bin am 14. Mai 1994 in Düsseldorf geboren. Mein Vater ist Mathematiklehrer und meine Mutter ist Sportlehrerin. Meine Eltern arbeiten beide am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Düsseldorf. Mit drei Jahren bin ich in den Kindergarten gegangen und ab 2000 in die Grundschule. Von 2004 bis 2012 habe ich das Gymnasium besucht und mit dem Abitur abgeschlossen. In der Schulzeit hatte ich verschiedene Interessen, zum Beispiel Geschichte, Sprachen oder Technik. 2012 habe ich an der Universität Köln ein Studium im Fach Geschichte begonnen. Aber das hat mir nicht gefallen. Ich wollte lieber etwas Technisches studieren. Von 2013 bis 2016 habe ich an der Hochschule Bremen Umwelttechnik studiert. Im fünften Semester, im Herbst 2015, war ich vier Monate zum Auslandsstudium in Manchester. Dort konnte ich mein Englisch stark verbessern. Im Sommer 2016 habe ich dann meinen Bachelorabschluss als Ingenieurin für Umwelttechnik gemacht. Nach dem Studium konnte ich ein Praktikum bei der Stadtverwaltung in Bremen absolvieren und ich habe im Januar 2017 eine Stelle als Mitarbeiterin im Bereich Umweltschutz bei der Stadt Bremen bekommen. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Kollegen an einer sauberen und grünen Stadt. Meine Arbeit ist sehr interessant und wichtig und sie macht mir viel Spaß. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Der Tagesablauf von Katrin Hallo, ich heiße Katrin. Ich möchte etwas über meinen Tagesablauf und meine Arbeit erzählen. Normalerweise stehe ich um 7.30 Uhr auf, danach dusche ich mich. Gegen 8 Uhr frühstücke ich. Um 9 Uhr beginnt meine Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und manchmal stehe ich lange im Stau. Jeden Morgen passiert bei uns im Büro das Gleiche. Ich begrüße meine Kollegen, schalte meinen Computer an, lese meine E-Mails und telefoniere viel. Das hier ist das Zimmer unseres Abteilungsleiters. Es ist viel größer als mein Zimmer. Jeden Tag um 10 Uhr haben wir eine kurze Besprechung. Von 12.30 Uhr bis 13 Uhr mache ich Mittagspause. Ich gehe oft in die Kantine essen. Meine Kollegin Martina bringt sich immer Brot mit. Ich glaube, das Brot meiner Kollegin schmeckt besser als das Essen in der Kantine. Nachmittags lese ich wieder E-Mails, schreibe Rechnungen, fülle Excel-Tabellen aus, vereinbare Termine oder organisiere andere Dinge. Um 17.30 Uhr habe ich Feierabend. Ich gehe dann einkaufen und ich mache etwas zum Abendbrot. Abends sehe ich meistens fern oder lese ein Buch. Chancen auf dem Arbeitsmarkt Gute Zeiten für Akademiker Zuerst die gute Nachricht. Akademiker sind seltener arbeitslos als andere Berufstätige. Die Zahl der arbeitslosen Akademiker in Deutschland liegt bei 2,2 Prozent und die Tendenz ist positiv. Das heißt, man erwartet in Zukunft noch mehr Stellen in akademischen Berufen. Aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten. Sehr gut stehen die Arbeitschancen für Ärzte, Mathematiker, Maschinenbau- und Elektronikingenieure, Informatiker und Lehrer. Finanz- und Wirtschaftsmathematiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstars fühlen. So gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten. Für Betriebswirte werden die Jobchancen in den nächsten Jahren nicht besser, denn die Zahl der Bachelor- und Master-Absolventen in diesem Bereich ist gestiegen. Für eine gute Stelle braucht man einen guten Abschluss. Die Zukunft für Biologen, Architekten, Sprachwissenschaftler oder Journalisten sieht nicht so gut aus. Im Bereich der Medien gibt es immer weniger feste Jobs. Zeitungen und Zeitschriften müssen sparen. Auch Übersetzer bekommen weniger Aufträge, denn kleinere Übersetzungen übernehmen heute Computerprogramme. Für Juristen ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt unterschiedlich. Sie können zum Beispiel im Staatsdienst oder in großen Firmen eine steile Karriere machen. Doch viele Juristen arbeiten in kleinen Kanzleien. Einige davon haben finanzielle Probleme. Informationen aus der Grafik Bei Untersuchungen zum Thema Freizeit kann man einen deutlichen Trend sehen. Medien bestimmen die Freizeitaktivitäten. Das Fernsehen liegt mit 94,9 Prozent auf Platz 1. Es hat seinen Spitzenplatz behalten. Auf Platz 2 folgt mit 84,3 Prozent das Radiohören. Den vierten und fünften Platz belegen das Lesen von Zeitschriften, 72 Prozent, und Zeitungen, 71,4 Prozent. 81,4 Prozent der Menschen in Deutschland surfen regelmäßig im Internet, Platz 3. Und 70,7 Prozent kommunizieren in sozialen Netzwerken. Die Internetrecherche und die Nutzung der sozialen Netzwerke erfolgen immer mehr über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets und haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Immer noch beliebt sind die persönlichen Kontakte, denn 71 Prozent der Deutschen besuchen regelmäßig Freunde oder empfangen Gäste. Weitere Freizeittätigkeiten sind Kochen, Spazieren gehen, Fotografieren, Bücher lesen und Sport treiben. Ich habe noch eine Karte für das Konzert von Max Rabe. Maria kann nicht mit ins Konzert kommen. Sie ist krank. Wann ist das Konzert? Morgen. Es beginnt um 20 Uhr. Das tut mir leid. Morgen kann ich wirklich nicht mit dir ins Konzert gehen. Magst du die Musik von Max Rabe nicht? Doch, ich mag die Musik. Aber ich muss morgen lernen. Warum musst du lernen? Ich habe am Mittwoch eine Prüfung und ich will eine gute Note bekommen. Dann muss ich alleine gehen. Frag doch mal Florian. Florian hat seine Prüfung schon letzte Woche gemacht und er mag Max Rabe, das weiß ich. Er möchte bestimmt mitgehen. Das mache ich. Danke für den Tipp. Wolfgang Amadeus Mozart Kennen Sie Musik von Wolfgang Amadeus Mozart? Die Oper Die Zauberflöte oder Die Serenade, eine kleine Nachtmusik? Manche Leute sagen, Mozart ist das größte Geschenk der österreichischen Kultur. Doch wer war Mozart und wie lebte er? Hier sind einige Stationen aus seinem Leben. Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Seine Eltern hatten insgesamt sieben Kinder, nur zwei Kinder überlebten. Wolfgang und seine ältere Schwester Nanerl. Der ehrgeizige Vater Leopold unterrichtete die Kinder früh in Musik. Wolfgang war sehr begabt. Er war bald ein Kinderstar. Er spielte vor Kaiserin Maria Theresia und König George Klavier. Alle waren begeistert. Wolfgang reiste mit seiner Familie nach Amsterdam, Brüssel und Paris und gab dort mit großem Erfolg Konzerte. Nebenbei komponierte Wolfgang noch. Mit elf Jahren hatte er schon 50 Musikstücke fertig. Mit zwölf schrieb er seine erste Oper. 1770 konnte er in Mailand sein Operndebüt feiern. In den Opernhäusern war es früher wie heute auf dem Fußballplatz. Es gab verschiedene Fangruppen. Jede Gruppe hatte ihren Lieblingssänger oder ihre Lieblingssängerin mit Rufen unterstützt. Das war ein lauter Musikspaß und die Musik selbst musste gegen den Lärm der Zuschauer kämpfen. Die Opern von Mozart gewannen diesen Kampf. Heute hat sich in der Oper vieles verändert. Man darf nicht mehr rufen, nicht reden, nicht einmal husten. Von 1772 bis 1777 lebte Mozart in Salzburg. Er hatte eine feste Arbeit beim Erzbischof Hieronymus Coloredo. Nach dem Tod seiner Mutter 1778 in Paris zog Mozart 1781 nach Wien um. In Wien begann er seine Karriere als freier Künstler. Wien hatte zu dieser Zeit eine Oper, Theater und Konzerthallen. Es war eine Metropole der Musik. Seine Oper, die Entführung aus dem Serai, war 1781 ein Bombenerfolg. 1782 heiratete Mozart Konstanze Weber. Seinen Vater lud er zu seiner Hochzeit nicht ein. Wolfgang und Konstanze bekamen sechs Kinder, nur zwei Kinder überlebten. Mozart verdiente mit seinen Opern viel Geld. Doch er trank viel und er verspielte sein Geld bei Gesellschafts- oder Kartenspielen. Seine Schulden waren oft größer als sein Einkommen. Zwischen 1787 und 1791 verlor das Publikum in Wien das Interesse an Mozarts Musik. Erst 1791 war er wieder erfolgreich. Seine letzte Oper war die Zauberflöte. Am 5. Dezember 1791 starb Wolfgang Amadeus Mozart an einer plötzlichen Krankheit in Wien. Telefonische Mitteilungen Hallo Klaus, hier ist Oskar. Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. Ich habe Fieber und liege im Bett. Tut mir leid. Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Susanne interessiert sich doch für Musik. Ich rufe später wieder an. Tschüss und viel Spaß heute Abend. Hi Jan, hier ist Katrin. Morgen hat der neue James-Bond-Film im Palast-Kinopremiere. Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Bitte ruf mich so schnell wie möglich an. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Morgen gibt es wahrscheinlich keine Karten mehr. Bis bald! Hallo Martin, ich bin's, Gudrun. Hast du schon gehört? Rammstein kommt nach München. Die Band gibt am 24. und 25. April in der Olympiahalle ein Konzert. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Ruf mich an. Tschüss! Hier ist Klaus Behrens. Frau Köhler, Ihre Karten für die Theatervorstellung heute Abend liegen an der Abendkasse. Bitte holen Sie die Karten eine Stunde vor Beginn der Vorstellung ab. Also bis 19 Uhr. Nach 19 Uhr geben wir alle Karten in den normalen Verkauf. Danke und auf Wiederhören. Hallo Sonja, wollen wir heute ins Kino gehen? Ins Kino? Was für ein Film läuft denn im Kino? Es läuft ein neuer Krimi. Der Mörder von Baden-Baden. Oh, ein neuer Krimi von Edgar Grusel. Der Film interessiert mich. Dann treffen wir uns 20 Uhr vor dem Kino. 20 Uhr schon? Wie spät ist es jetzt? Es ist 19 Uhr. Du hast noch eine Stunde Zeit. Eine Stunde ist zu wenig. Ich muss mich noch duschen, föhnen und schminken. Und ich muss mich auch noch umziehen. Ich muss mich auch noch umziehen. Das dauert aber keine Stunde. Männer ziehen sich schneller um als Frauen. Aber gut, ich beeile mich. Ich freue mich schon auf den Film. Ich mich auch. Bis dann. Ja, tschüss. Bis dann. Mögen Sie Krimis? Wer schrieb den ersten Krimi? Geschichten von Mord und anderen Verbrechen gab es schon immer. Wissenschaftler verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf die Bibel. Die Bibel erzählt schon auf ihren ersten Seiten eine Kriminalgeschichte. Die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain. Der richtige Kriminalroman oder besser gesagt Detektivroman ist noch nicht so alt. Als der wirklich erste Krimi gilt eine Erzählung des Amerikaners Edgar Allan Poe. Der Doppelmord in der Rue Morg. Das Buch erschien 1841. In dieser Erzählung fanden die Leser zum ersten Mal das Grundmotiv des klassischen Kriminalromans. Ein Privatdetektiv klärt ein Verbrechen auf. Mit seinem Sherlock Holmes führte der englische Schriftsteller Arthur Conn Doyle ab 1887 diese Entwicklung weiter. Und er erfand eine bis heute sehr beliebte Variante. Er schenkte dem Detektiv einen Freund, Dr. Watson. Der nächste bedeutende Schritt in der Geschichte der Kriminalromane waren die Bücher von Georges Simenon aus Belgien. Von jetzt an suchten staatliche Polizisten, Kommissar Maigret, die Mörder und Verbrecher. Bleibt die Frage, warum gab es nicht schon früher Detektivgeschichten? Die Antwort ist sehr einfach. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts spielten die Beweise bei der Jagd nach Verbrechern eine Rolle. Vorher waren es hauptsächlich die Aussagen von Zeugen. Mit den Beweisen begann die Arbeit für Detektive und Kriminologen. Heute gehören Detektivgeschichten zu den meistgelesenen Büchern und seit der Anfangszeit des Films gibt es diese Geschichten auch im Kino. Zwei Dinge faszinieren die Zuschauer beim Krimi. Das Verbrechen selbst und die Aufklärung. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Im Fernsehen jagen fast jeden Abend mutige Polizisten böse Verbrecher. Deutsche Polizei und Krimiserien zählen zu den wichtigsten Exportprodukten. Vor vielen Jahren durfte der deutsche Hauptkommissar Derrick in ca. 40 Ländern Verbrechen aufklären. Natürlich nur im Fernsehen. Heute heißen die Krimiserien Tatort oder Soko. Und man kann sie auch im Ausland sehen. Einkaufsgespräche Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern diese Turnschuhe. Welche Größe haben Sie? Größe 39. Einen Moment bitte. Ich hole die Schuhe für Sie. Wir haben die Schuhe in Größe 39 nicht mehr in weiß, nur noch in schwarz. In schwarz? Nein, in schwarz nehme ich die Schuhe nicht. Warum? Schwarze Schuhe sind doch sehr praktisch. Probieren Sie die Schuhe doch mal an. Nein, ich finde schwarze Sportschuhe hässlich. Vielleicht gefallen Ihnen diese Sportschuhe hier. Die sind in weiß und die haben wir auch in Größe 39. Kann ich die Schuhe mal anprobieren? Ja, natürlich. Was kosten die Schuhe? 89 Euro. Gut, Sie passen und ich nehme Sie. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ja, natürlich. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Du, Leonie, Katja hat morgen Geburtstag. Sie wird 30. Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Ich sammle von allen ein bisschen Geld ein. Wir wollen ihr eine Tasche schenken. Eine Tasche? Ist das nicht ein bisschen teuer? Nein, ich habe im Kaufhaus schon eine gesehen und die kostet 30 Euro. Und was ist, wenn ihr die Tasche nicht gefällt? Vielleicht schenken wir ihr lieber einen Krimi. Ich glaube, Katja liest sehr gern Krimis. Es gibt so viele Krimis. Dann kaufen wir den falschen Krimi. Wir können ihr vielleicht eine Kaffeemaschine für ihr Büro schenken. Sie trinkt doch sehr gern Kaffee. Ach, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist die Kaffeemaschine keine schlechte Idee. Dann kann ich immer in ihr Büro gehen und bei ihr einen Kaffee trinken. Hier hast du 5 Euro. Gut, dann machen wir das. Christine, was schenkst du deinem Mann zu Weihnachten? Das ist eine gute Frage, Henry. Im letzten Jahr habe ich ihm ein paar Socken geschenkt. Socken kann man immer gebrauchen. Hat er sich darüber gefreut? Ich glaube, nicht wirklich. Was schenkst du deiner Frau zu Weihnachten? Ich schenke ihr neue Stiefel. Im Internet habe ich tolle Stiefel gefunden. Die waren um 30 Euro reduziert. Also Stiefel kann ich meinem Mann nicht schenken. Die muss er anprobieren. Vielleicht finde ich irgendwo einen warmen Schlafanzug. Ich kann aber auch mal im Internet nach Pullovern suchen. Ein warmer Pullover ist sicher ein schönes Geschenk, weil wir im Januar in den Winterurlaub fahren. Ja, mach das. Ich sende dir gleich den Link von einem guten Online-Händler. Danke, das ist nett. Also, eine Lampe, einen Stuhl und einen Schreibtisch. Das macht zusammen 400 Euro. Brauchen Sie eine Rechnung? Ja. Kann ich den Stuhl umtauschen, wenn ich nach kurzer Zeit Rückenschmerzen bekomme? Der Stuhl ist im Angebot. Er ist 50 Euro preiswerter als normal. Reduzierte Möbel können wir leider nicht umtauschen. Bei dem Schreibtisch und der Lampe ist der Umtausch kein Problem. Danke. 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 Vielen Dank.